Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Herrlich Ehrlich Menschen hautnah. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist wirklich der Traum eines jeden Society-Journalisten. Er bedient einfach alles. Glamour, Jet Set, Adel, Musik, Kunst und sogar den Sport. Denn er ist Sänger, Fotograf und unglaublicher sechsfacher Olympiateilnehmer im alpinen Skisport. Ich bin sehr froh, dass er heute hier ist und begrüße recht herzlich Hubertus Hohenlohe. Schau, ich bin so aufgeregt, dich hier zu haben, dass ich das gar nicht hinausbekomme. Es ist ein schwieriger Name, aber für Österreicher soll es eigentlich funktionieren. Hohenlohe, jetzt haben wir es natürlich perfekt. Lieber Hubertus, du bist ja wirklich auf der ganzen Welt zu Hause. Du bist in Mexiko geboren, bist in Marbella aufgewachsen, lebst auch in Lichtenstein, in Wien, überall. Was ist denn überhaupt für dich der Begriff Heimat? Kennst du das überhaupt? Heimat? Nein, ich bin glaube ich so wirklich das erste und wirklich authentischer Euro-Trash-Mitglied dieser Gesellschaft. Das heißt überall ein bisschen und nirgends wirklich. Was irgendwo wehtut, weil es eigentlich toll wäre, wenn man so seine Wurzeln hätte. Aber ich konnte sie nie wirklich schlagen durch die familiären Situationen zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Die haben sich ja um uns gestritten sehr lange und dadurch sind wir da auch schon zwei, drei Jahre um die Welt gereist, versteckt. Von einer hat ihn vom anderen versteckt. Es war echt eine schwierige Zeit und eine Zeit, wo du halt dann keine Wurzeln geschlagen hast. Am ersten habe ich in Spanien in Marbella die Wurzeln geschlagen, wurden aber dort dann eigentlich sehr weise von meinem Vater weggeschickt auf österreichische Schulen, weil er geglaubt hat, dass dort wirklich die Malavita und das Leben einfach gefährlich ist für Teenager und für Leute, die aufwachsen wollen. Und er hatte Recht. Es sind sehr, sehr viele von meinen Cousins da wirklich hängen geblieben mit Drogen, mit Alkohol, mit Nix tun auch. Und ich habe dann hier das österreichische Ambiente in strengen Klosterschulen in Vellkirch oder in Bregenz oder in Graz dazu verwendet, meine Disziplin zu schüren und dann meine Talente irgendwie umzusetzen. Ja, da gibt es ja auch ein wunderbares Zitat von dir, dass du sagst, dass quasi Musikgang ist irgendwie das Schlimmste, wenn man nichts tut im Leben. Also du bist immer einer, der total aktiv ist und immer was gemacht hat. Ich glaube schon, dass der Angriff die beste Verteidigung ist im Sinne, ich würde schon auch tendenziell faul sein können. Aber ich habe dann so ein Gefühl, man verschleudert sein eigenes Talent, seine Möglichkeiten, seine Tage. Und du weißt ja nie, wie viele du hast. Und deswegen ist es schade. Und es ist dann schon ein tolles Gefühl, wenn du es dann mal, so wie ich das erste Erfolgserlebens, wenn du da mit der Fahne reingehst. Ich glaube, es war ein Schlabling bei der Ski-WM das erste Mal, wo ich mit einer reingegangen bin und gedacht habe, ich habe das alles faktisch selber mir erschaffen, dass ich so viel trainiert habe, dass ich mir das alles organisiert habe, dass ich da runterfahren kann. Diese Erfolgserlebnisse haben dir dann eigentlich so die Bestätigung gegeben, es steht dafür, etwas zu tun im Leben. Ganz genau so, wie wenn du einen ersten Song schreibst und dann im Radio hörst oder wenn du die ersten Fotos machst, die dann in einer Ausstellung gezeigt werden und die Leute kommen rein und sagen, wow, I love your pictures oder das schaut toll aus. Also ich finde, das Leben ist ein bisschen so dieses, wenn du das Gefühl hast, das ist ein Zwischenspiel zwischen etwas probieren, scheitern oder dass du dann vielleicht doch einen Erfolg hast. Und das gibt dir dann so die Triebfeder zu sagen, wir haben so viel in uns, wir können so viel erschaffen, aber wir müssen natürlich viel dafür geben. Also es geht nicht von selbst, auch nicht für mich. Na vor allem bei dir ist ja auch wahnsinnige Kreativität, gerade auch in deinen Fotos, in deiner Fotografie. Du hast ja quasi das Selfie erfunden und gemacht, bevor noch alle anderen gewusst haben, was das überhaupt ist. Es gibt eigentlich eine Frau, die heißt Vivian Mayer, die hat das schon in den 40er Jahren so ähnliche Fotos gemacht wie ich. Ich kannte sie nicht, da steht es mir zugute, aber ich habe wirklich die ersten Selfies, so wie wir sie heute gesehen haben, habe ich praktisch durch Zufall begonnen. Es hat mich dann eben für ein Plattencover mit Universal Österreich, damals Spiegelbilder, habe ich an solche Spiegelbilder gemacht, die irgendwie so beiläufig waren, aber die sehr viel über die Gesellschaft erzählt haben. Und das Interessante war, dass ich ja faktisch immer von Paparazzis fotografiert wurde, als ich ein Kind war und das mich verfolgt wurde. Und ich war dann zum ersten Mal mein eigener Paparazzo und habe mir gedacht, das ist jetzt eigentlich meine wirkliche Wahrheit. Da ist irgendwie etwas drinnen, was die anderen nicht gezeigt haben. Und dann hatte ich diese schöne Ausstellung in der Westlicht, die Peter Köln ermöglicht hat und Erwin Wurm war der Kurator. Und das war dann so mein Ritterschlag. Ich sage, okay, jetzt bin ich ein richtiger Fotograf. Alle haben sich gewundert, von wo kommt dieses Talent her auf einmal. Aber irgendwie von allen Talenten war das das, wo ich am Anfang sofort meinen eigenen Stil hatte, weil es sowohl in der Musik als auch beim Skifahren war es ein Struggle to find your own personality, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Aber in Fotos war es zack, das bin ich, das mache ich. Und es hat dann sofort irgendwie seine eigene Sprache gehabt. Ja, bei der Musik war ja so, du wolltest der Popprinz Popstar werden, hast da auch viel Herzblut hineingelegt. Und ich habe in einem Interview gelesen, dass du quasi dabei warst, wie David Bowie seinen Superhit Heroes geschrieben hat. Genau. Ich habe viele coole musikalische Momente gehabt, als ich klein war, weil unser Hotel hat diese ganzen, Mabea Club Hotel in Spanien hat diese ganzen Popstars beherbergt. Und als ich dann schon die erste Platte in Spanien rausgebracht habe, Tears of Love hat die geheißen, war David Bowie bei uns und hat gehört, der Sohn des Besitzers, des Prinzen, ist ein Popstar im Land und wollte mich kennenlernen. Und ich war komplett, ich war ein komplettes Nobody und niemand. Und dann stand irgendwie David Bowie vor mir. Und jede Nacht habe ich ihn in die Diskus gebracht. Und dann nach den Diskus ist er nach Hause und wollte irgendwie Lieder schreiben und entertaint werden und hatte dann auch Cousinen von mir herum und Groupies. Und an der einen Nacht ist er da in diesem einen Schwimmbad im Mabea hat er begonnen, da war es so ein Delfin am Ende des Pools, die so aus Marmor spießig rausgesprungen sind aus dem Wasser und hat dann gesungen, I wish I could swim like the Dolphins can swim, we all could be heroes just for one day. Und hatte so auf der Gitarre gespielt und es hat nach nichts geklungen. Und dann war es der Welt-Hit, als ich es dann gehört habe, hat er mir irgendwie die Platte geschickt, die dann in Berlin produziert wurde. Und da sage ich, my God, that really sounds cool. Und ja, und so hatte ich halt auch Momente mit Shirley Bassey, wo ich da was gemacht habe, mit Yellow, die ich halt auch gekannt habe. Ich habe halt eine privilegierte Situation gehabt, aber ich habe sie dann auch zu meinen Gunsten genutzt und habe versucht zu lernen, mit denen zu mingeln, was zu tun. Ich war immer auf der Suche, sagen wir mal so. Genau. Oder auch neugierig. Deswegen hast du ja auf Englisch gesungen, auf Deutsch und jetzt auf Spanisch. Dein neuer Song. Ich habe auch ganz am Anfang gleich auf Spanisch gesungen, aber jetzt halt richtig. Jetzt halt richtig. Dein neuer Song, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Noche Belligrosa. Belligrosa. Belligrosa, eine gefährliche Nacht. Ich glaube, wir hören einmal kurz rein. Belligrosa. Día a día casi siempre lo mismo, como, como si se rayó el disco. No, no, cambiamos nunca de rutin, y no nos reímos ni de Mr. Bean. Tantos, tantos, tantos son los años, acostumbrados a felicidad y daños. Puede ser el momento de cambiar, para poder volver a empezar. Quiero una noche peligrosa, sin horario y sin esposa, para saber si todavía te pones celosa. Quiero una noche peligrosa, al sabor de la hamburguesa, exageradamente sabrosa, fuera de casa, es otra cosa. Großartiger Song und während er gelaufen ist, hast du mir gleich erzählt, Diana Lange Swarovski war in dem Video dabei. Genau, genau, die war mein Star-Camillo in dem Video. Wir hatten versucht, irgendjemanden so auffälligen, tollen, blonden, so Las Vegas-Style, das Ganze ist ja so ein bisschen im Gefühl von Hugh Hefner, Las Vegas-Stil. Und wir hatten Brigitte Nielsen angedacht, die hat dann irgendwie kurzfristig abgesagt, weil ihr Sohn irgendwie krank war in Italien. Und ich habe dann gehört, Diana ist immer mehr und dann habe ich gesagt, würdest du das machen? Und sie war ganz begeistert und hat das sehr toll gemacht. Ja, es hört sich auch total nach einem neuen Sommer-Hit an, das hat auch so ein bisschen so Oldschool-Feeling, so 70er-Jahre-Touch. Total, total. Ich habe das Gefühl, ich möchte so einen Song haben, zu dem John Travolta irgendwie zu einem Film tanzen würde. So entweder Grease oder Pulp Fiction oder diese ganzen Songs, wo er so twistet und wo er halt Gas gibt. Und ich finde so die 70er-Revitalized und Revival, finde ich, ist eigentlich ein sehr, sehr lässiger und sehr, sehr befreiender Sound. Und es ist ja ein Song, der darum geht, dass du eigentlich jahrelang eine Beziehung hast und irgendwann einmal möchtest du ausbrechen, weil du schauen möchtest, ob du irgendwie noch dich frei fühlen kannst, ob du noch irgendwie Gas geben kannst. Und wenn du nach Hause kommst, wieder glücklich bist oder nicht. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich, es ist eigentlich der Sieg der Liebe gegenüber der Versuchung. Also eigentlich im Endeffekt ist der die Liebe viel stärker als die Versuchung. Die Versuchung ist immer wieder da. Es spielt ja auch, glaube ich, ganz am Schluss deine Frau, die Simona, mit. Die sieht man ja, zu der kommst du ja dann auch im Video nach Hause. Wie findet sie den Song? Der Song basiert aus meiner wahren Geschichte, weil sie hat mich angerufen und hat gesagt, was machst du eigentlich die nächste Woche? Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, ich nehme ein paar Nummern auf und habe ein paar Fotoschutz. Und ich sage, ja, sehr gut, weil ich fahre auf die Seychellen. Und dann sage ich, und was war es mit mir? Ich sage, ja, du kommst nicht mit. Ich sage, was heißt, ich komme nicht mit? Einmal was Lustiges. Ich sage, wir haben keinen Platz in dem Haus. Dann habe ich gesagt, ich werde mich revanchieren mit einer Noche Pellegrosa. Das habe ich so spontan gesagt. Und in Wien gibt es ja so im zweiten Bezirk einige einschlägige Lokale. Und ich habe das Wort Noche Pellegrosa so cool gefunden. Ich habe gesagt, jetzt gehe ich mal rein und inspiriere mich und habe all diese Männer gesehen, die dort sitzen und irgendwie versuchen, ihre Jugend wieder aufleben zu lassen. Und habe mich dann wirklich an einem Originalschauplatz inspiriert und einen Song gemacht. Und dann, ich glaube, wenn man zurück nach Hause kommt, dann weiß man, was man zu Hause wieder hat. Weil wenn man Tag ein, Tag aus immer das gleiche Leben führt, dann weißt du gar nicht mehr, was du an der Wand hängen hast oder was du in deinem Bett hast oder was da ist. Also von dem her ist der Song faktisch so eine wahre Geschichte und ein Gefühl, wo du wirklich auch, ich glaube, jeder braucht auch dieses Gefühl, auch wieder mal frei zu sein, nicht nur eingekastelt zu sein. Und das ist so mein Moment, das mal draufscheißen und draufhauen. Und ein Album wird folgen. Das Album ist schon fast fertig. Ja, das ist eigentlich schon die zweite, dritte Single in Spanien, die wir gemacht haben mit Universal. Und das Album ist fast fertig. Aber heutzutage, bevor du nicht einen wirklichen Hit hast, bringst du kein Album raus. Das heißt, ich muss warten, ob irgendwas ein Hit wird. Und wenn es dann einer ist, dann kommt es. Weil du ja auch erzählt hast von dem Song, das ist Fortgehen, Ausgehen, die sich die Nächte um die Ohren schlagen. Ich denke, das hast du sehr oft und viel in deinem Leben gemacht. Und du hast ja auch unglaubliche, wie du schon ein bisschen erzählt hast, unglaubliche Menschen kennengelernt. Aber was erdet dich? Was bringt dich dann wieder so zurück auf den Boden? Ich glaube, ich habe einmal einen ganz berühmten Maler, der mich immer unterstützt bei meinen Fotos in Spanien, bei Ausstellungen, der mich beobachtet hat bei einem Fest und hat gesagt, das ist sehr interessant, weil das Deutsche in dir, weil Hohenlo ist eigentlich ein deutsches Adlersgeschlecht, das schafft es immer wieder, das ganze Chaos in eine Ordnung zu bringen. Das heißt, im Endeffekt schaut alles sehr loose aus, alles schaut sehr verrückt aus, aber es gibt irgendwas, wo du immer das Gefühl hast, du hast es unter Kontrolle. Und ich glaube, das ist ein bisschen, was mich gerettet hat, sowohl beim Skifahren als auch bei der Musik oder bei den Fotos. Es wirkt sehr, sagen wir mal, mit einer Leichtigkeit des Seins und chaotisch, aber es gibt so eine Erdung. Und ich habe auch ehrlich gesagt nie wirklich so verbotene Substanzen genommen, weil ich immer ein Natural High war. Ich war immer verrückt, also ich war immer schon selber sehr aktiv, ich brauchte nichts, um mich einzuwerfen, damit ich irgendwo in eine Sphäre komme, in die ich kommen wollte, so wie das vielleicht Falco musste oder andere Leute. Bei mir war das halt alles immer schon so natürlich im Körper gegeben. Und die Erdung ist, glaube ich, so das Deutsche in mir. Und das andere ist halt so das südamerikanische, italienische Temperament. Ich glaube, du hast doch irgendwann mal gesagt, du trinkst kaum bis keinen Alkohol auch, gell? Ja, das Einzige, was ich schaffe, sind so Mojitos und ab und zu nach dem Essen einen Limoncello, damit ich den Geschmack von, ich weiß nicht, Fisch oder Fleisch, irgendwas wegbekomme, aber ich werde nicht wirklich betrunken davon. Wobei, Mojitos schmeckt mir gut, sagen wir mal so, aber ich bin vielleicht ein bisschen, weil dadurch, dass ich nichts trinkt, brauche ich nur wenig, dass es ein bisschen abgeht, aber mehr als eineinhalb schaffe ich nicht. Jetzt ein bisschen was Traurigeres. Du hast ja vor kurzem deine Mutter verloren. Die ist heuer, glaube ich, im Februar gestorben an den Folgen eines Unfalls. Aber ich glaube, das Verhältnis zu deiner Mutter war nicht immer sehr leicht. Also war nicht immer nur von Liebe und Harmonie gebraucht. Das Problem ist einfach, dass meine Mutter mit 15 geheiratet hat, mit 16 meinen Bruder gehabt hat, mit 18 mich. Dann ist sie weggegangen mit einem anderen Mann, hat uns die ersten fünf Jahre nicht gehabt. Dadurch hat sie nie wirklich dieses mütterliche Gefühl gehabt. Das war irgendwie nie da. Und das hat, glaube ich, die ganze Beziehung ein bisschen belastet. Im Sinne ist, dass sie gerne, wenn danach eine Mutter gewesen wäre, aber es nicht mehr wirklich nachholen konnte. Aber ich habe eigentlich mit ihr ein gutes Verhältnis gehabt. Sie hat mit mir manchmal so ein, ich weiß nicht, dass ich dann immer erfolgreicher wurde und dass ich dann irgendwie eben bei den Skirenden gefahren bin und dann die Geschichte im Servus-TV gemacht habe, wo ich auf der ganzen Welt die ganzen Leute getroffen habe. Dann kam mir so ein bisschen vor, so nach dem Motto, der Typ rennt mir irgendwie den Rang ab und die Ausstellungen überall in Museen, in Bratislava oder Venedig oder hier. Das war dann irgendwie so ein bisschen ein Konkurrenzkampf. Sie hat mich so als kleinen Bruder gesehen, der sich da irgendwie überholt. Aber ich habe immer versucht, ein gutes Verhältnis zu haben. Und ich wollte immer, dass sie stolz ist und dass es ihr gefällt. Aber es war nicht immer ganz leicht und easy, das so hinzubekommen. Aber ich glaube, es war eher mehr eine Schwierigkeit, die sie mit mir hatte, als ich mit ihr. Und ich habe immer alles entschuldigt, weil ich gefunden habe, wenn man mit 15 heiratet, ist man nicht selber schuld. Das hätten die Eltern irgendwie verhindern müssen. Und von da ist halt ihr Leben immer, sagen wir mal, kompromittiert gewesen, finde ich. Sie war ja auch die Generaldirektorin von Valentino, war ja auch Model und hat viel mit Mode zu tun. Du hast ja wirklich einen extrem coolen Style immer. Wie beholst du dir deine Modeinspiration? Greifst du einfach rein oder weißt du ganz genau, was du anziehst? Na, ich designe, also das T-Shirt ist von mir designt, von Italien zum Beispiel. Trash ist trash chic, weil das von den Fotos von mir ist. Und die Uhren, also die Accessoires finde ich wichtig. Aber mein großes Problem ist, dass meine Frau ist faktisch total Mode. Die macht ein Modelabel, Armen-Style. Und die ist so anstrengend, wenn ich aufstehe und mir was anziehe, sagt sie mir, das ist nicht dein Ernst. Du gehst so raus, sage ich, was ist dein Problem? Es passt ja überhaupt nichts zusammen hier, nichts. Und dann sage ich, aber so schlecht ist es ja, mismatching ist ja auch. Nein, 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 also das geht gar nicht. Und dann schaut sie mir und dreht sich um und geht weg. Und seitdem habe ich immer so das Gefühl gehabt, die Latte liegt hoch, dass ich immer irgendwie mithalten muss mit ihr. Wobei, witzigerweise, sie darf exzentrisch sein. Sobald ich exzentrisch werde oder bin, sagt sie mir, gut, du bist jetzt wie ein Pallasso ausschauen. Gut. Und dann sehe ich mich wieder normal an, normaler an. Sagt sie, ja, jetzt schaust du wieder aus wie ein Notar. Also irgendwie dazwischen. Und das ist jetzt so der Stil dann, so zwischen Notar und Pallasso. Aber der ist großartig, der Stil. Wenn wir auch kurz über deine Skikarriere gesprochen haben, du hast ja mehrere Rekorde gebrochen, unter anderem auch einen Eintrag ins Kindesbuch der Rekorde, weil 2013 die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in Schladming, weil du da schon auch 54, dich mit 54 Jahren da den Berg runtergeschmissen hast. Wie schaut es aus? Möchtest du noch einmal fahren? Juckt es dich? Prinzipiell, ja. Ich habe jetzt eine kleine Depression gehabt wegen der Geschichte von meiner Mutter und habe nicht viel trainiert. Und jedes Jahr sage ich dasselbe. Ich müsste eigentlich im Sommer einfach viel mehr tun. Ich werde es jetzt versuchen. Und wenn ich sehe, dass mein Körper irgendwie noch das Training aufnimmt und ich noch fit werden kann, dann würde es mir schon Spaß machen, in Schladming, in Schladming, in Saalbach anzutreten noch einmal und dann ein schönes Auf Wiedersehen haben, weil in Cortina bei der Olympiade macht es keinen Sinn, weil die fahren alle in Bormio und Bormio mag ich nicht so. Also der Ort ist einfach langweilig, obwohl die Piste auch schwierig, aber langweilig ist. Und ja, ich glaube, je älter man wird, desto mehr muss man aufpassen, dass der Körper irgendwie fit ist. Und bei mir ist es so, dass ich einfach nicht genug trainiert habe die letzten Jahre, weil ich einfach so viele andere Sachen gemacht habe. Und das Training, du brauchst einfach, je länger du fährst, brauchst du mehr Training statt weniger. Und ich mache genau umgekehrt. Ich mache weniger und bin älter. Also das geht sich dann irgendwie nicht aus. Aber ich bin heuer mal Abfahrt gefahren in Cortina im Jänner und das hat mega Spaß gemacht, aber es ist viel zu gefährlich. Also ich bin, mir ist es vorgekommen, ich fahre 300. Also damals, wo ich jung war und ich bin Abfahrt gefahren und habe mir gedacht, es kann nicht schnell, warum geht es nicht schneller dahin? Und jetzt denke ich mir, bist du deppert, wie schnell ist das denn? Und wenn ich jetzt irgendwie stürze, kann das nicht gut ausgehen. Du bekommst schon Gedanken, die du eigentlich nicht haben solltest. Also man wird doch ein bisschen weiser und man sieht halt auch alles viel präziser. Diese Sturm und Drang, nothing will happen, mir passiert nichts, alle anderen stürzen links und rechts. Das Gefühl ist nicht mehr da. Also es ist schon das Gefühl da, es kann was passieren, es sollte aber nichts passieren. Also es ist schwierig. Aber du bist auch so voller Energie und so das Adrenalin, das brauchst du dann aber schon auch ein bisschen in deinem Leben. Kann ich mir bei dir, kann ich auf der Bühne holen, Interviews, Musik, Fotoausstellung, ist auch sehr spannend, wenn du welche machst, dass du dann irgendwie, ob du da irgendwie den Zahn der Zeit getroffen hast, den Geschmack der Leute, die Reaktionen. Also es gibt schon genug Möglichkeiten, man darf nicht die ganze Zeit nur bei einem schwierigen Skirennen runterfahren, um eine Adrenalin zu haben. Das geht schon anders auch. Aber ich bin so wie ein Klassiker, der halt immer mitgefahren ist und alle warten sich, der fährt halt jetzt auch mit, warten schon auf das neue, coole Outfit. Ja genau, das sind ja auch deine Rennanzüge, waren ja eben auch sehr speziell. Ja, ich fahre übermorgen nach Turin und designe jetzt die neuen Outfits für Saalbach fertig, die sind schon eigentlich fast schon gemacht und dann auch noch für die Olympiade. Also es ist, ich weiß nicht, gehöre so ein bisschen dazu, so wie eine Zirkusnummer, die fehlen würde, wenn sie beim Roncalli am Rathausplatz nicht spielen würde. So quasi das Maskottchen vielleicht auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Maskottchen, irgendwie so die farbenfrohste Nummer, in dem Zirkus und die, sagen wir mal, die unerwarteste, weil alle anderen, es ist ja alles relativ normal, wobei jetzt ist gerade eine sehr gute Zeit, weil wir haben Hirscher für Holland, wir haben Braten für Brasilien und Dave Riding für England. Es gibt wirklich viele Nationen, die da vorne mitmischen. Also es ist nicht mehr nur Österreich, Schweiz, Italien, in Norwegen und Amerika. Also es ist eine coole Zeit für Skifahren. Ja, dann sind wir gespannt, ob du wieder startest. Schauen wir. Was sind denn sonst noch deine nächsten Projekte, die du so planst? Ich bin jetzt ziemlich mit der Musik engagiert, A, und dann mit Design. Ich mache viele Sachen mit Uhren und vor allem möchte ich einfach meine Fotokarriere noch auf ein anderes Level bringen. Ich habe jetzt gerade angeboten bekommen, eine Riesengeschichte in Aspen zu machen, heuer im Sommer in so einem Art-Crash, heißt das, wo die besten Künstler kommen. Da hat mir eine Galerie angeboten, mit den besten Pop-Art-Artists was auszustellen. Also wirklich Musik, ich finde Musik und Fotos fühlt mich sehr gut aus. Welche Musik hörst du denn gern privat? Alles, also von Coldplay bis Italienisch, viele italienische Sachen, auch Fedes. Ich höre auch die Österreicher, die Klassiker. Ich höre von Ambros SDS bis Bilderbuch, bis Wanda, bis Granada. Josh, dadurch, dass ich in Österreich produziere, kenne ich oft die Typen, die dahinter sind und höre mir das gerne an und ich finde es irgendwie lustig zu hören, was so die, im Endeffekt spiegelt ja eigentlich die Musik so das Befinden des Landes und der Leute wieder und es ist interessant, wenn du noch nicht viel hier bist, dass du einfach hörst, was ist gerade ein Thema, was interessant ist, was berührt die Wanda oder so und da lerne ich so eure Kultur irgendwie näher kennen. Udo Lindenberg höre ich auch viel. Ja, Udo Lindenberg ist großartig. Udo Lindenberg ist auch ein Freund, aber ich finde, ich finde, das ist schon interessant, was die verschiedenen Kulturen, was die erzählen, wie sie denken und was sie erzählen wollen. Lieber Hubertus, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und jetzt spreche ich es noch einmal wunderbar aus, Hubertus Hohenlohe, weil ich ja den Fehler bei der Anmoderation gemacht habe. Vielen Dank, dass du da warst. Es war ein großer Spaß. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe natürlich wie immer bis zum nächsten Mal. ja in dem долi. Was bist du da warst? Untertitelung des ZDF für funk, 2017